Es gab einmal einen Burschen, der war mit mir aufgewachsen, etwas jünger als ich. Er hat mich irgendwie bewundert. Wir hatten unser erstes Geschäft gemeinsam gemacht. Von der Straße haben wir uns hochgearbeitet. Die Gelegenheit war günstig und wir haben sie ausgenutzt. Während der Prohibition schmuggelten wir Melasse nach Kanada und machten ein Vermögen, ihr Vater auch. Doch diesen Mann, den ich meine, hatte ich gern wie ein Bruder und ich vertraute ihm. Eine Weile später hatte er die Idee, in der Wüste eine neue Stadt zu bauen, als Zwischenstation für Soldaten, die auf dem Weg zur Westküste waren. Sie kannten diesen Mann, er hieß Mo Green. Und aus der Stadt, die er aufbaute, wurde Las Vegas. Er war ein großer Mann. Ein Mann mit Fantasie und Courage. Und es gibt nicht einmal ein Bild oder ein Denkmal, nicht einmal eine Straße, die nach ihm benannt wurde in dieser Stadt. Jemand schoss ihm eine Kugel durchs Auge. Und wer das angeordnet hat, weiß niemand. Ich habe es gehört und bin ruhig geblieben. Ich kannte Mo, ich wusste, wie eigensinnig er war, dass er laut werden konnte und dummes Zeug redete. Ich nahm seinen Tod hin und rührte keine Hand. Und ich sagte zu mir selbst, das ist eins der Mittel, die zu unserem Geschäft gehören. Wer es angeordnet hatte. Danach habe ich nicht gefragt, weil es nichts zu tun hat mit unseren Geschäftsbeziehungen.